Hallo, bitte diskriminiert mich nicht. Doch. Ich habe vielleicht auch Gefühle. Können wir mal sagen, einer, wo meine Omni-Wrench ist? Ich habe eine in meinem Inventar, aber das war meine. Verdammt. Du hast vielleicht verloren, als du verreckt bist? Ja, da glaube ich gerade auch dran. Och Mann. Ich dachte, das Wort mit H jetzt nicht. Heißt das Omni? Ja, Omni. Prototype Omni-Wrench. Ah, ich will nicht Prototype. Zyranwolle, Alter. Wie ging nochmal Zyran? Blau und grün. Du kannst einfach, glaube ich, irgendeine Wolle nehmen, glaube ich. Oder, ne, ne, ne. Du musst Zyran. Du musst Zyran. Rede nicht davon, wo du keine Ahnung von was Johnny. Genau, ich sag nur Ende. Du doch mal deine Fresse. Nö. Okay. Hallo. Könnt ihr eure Streitigkeiten bitte privat klären? Danke. Ich will euch sehr gnädig dafür. Machen wir aber nicht. Okay, ich habe euch auch gern. Soll ich mal 46 Oberglocker in den Maserator rechnen? Hält es nicht aus. Doch. Aber mein Stromversorgung hält es nicht aus. Ja. Oh, mein Handy muss ich schon wieder aufladen. Soll ich heute zum dritten Mal aufgeladen. Oh. Und ich mache da kaum wieder was mit. Das tut mir aber gar nicht leid. Obwohl ich spiele da den ganzen Tag mit. Achja. So it did. Bist schon bescheuert, ne? Und zapft dies. Und zapft dies. Und zapft dies. Und zapft dies. Jetzt sag mal, wo meine Zyranwolle ist. Beziehungsweise meine Zyranfarbe. Ich habe doch mal... Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Oh, warte mal. Was war das eigentlich denn? Oh, die Schokoburst. Echt. Oh, Johnny. Ich hätte ihm das andere Schwert geben müssen. Da wäre Behanding 3 drauf gewesen. Bei dem anderen waren nur 2 drauf. Und nicht wie ich mich so abweise. Ja, das andere hat nur 2 drauf gehabt. Das hat er extra gemacht, weißt du. Ne, ich wusste es gar nicht, dass ich noch den anderes hab. Naja. Heee? Was ist meine Zyranfarbe? Okay, es war maximal 8 Overclocker rein. Ne. 13, 2, 2. Dann zum deinem Strom noch gesagt. 2 Transformer, 2 Energy und 13 Overclocker. Hm. War schon dann nur so. Ne. Was kann der Centrifug? Ich bin der Meinung, das war schon mal ein bisschen. Was kann der Centrifug extraktor? Was kann der akzeptieren? Auch nur LV. LV, ja. Ja, allen. Da kann ich ja kein Trotzformer upgrade. Nein, kannst du nicht. Aber die laufen ziemlich schnell, die Dinger. Ja. Wenn die einmal richtig angeheizt sind. Deswegen ist das eigentlich besser, wenn du die Team machst. Da ist meine Zyranwolle. Bin ich, bin ich nicht. Wenn du den falschen Strom nimmst. Da ist ein Maservator kannst du Dings rein. Upgrades. Ähm. Äh, ich glaub nicht mehr. Nein. In diesen Centrifug und sowas kannst du nichts mehr haben. Ja, ich weiß. Deswegen halt für die Normalen. Obwohl, das geht. Der Maservator, der andere, der geht richtig schnell. Da helfen auch keine Upgrades. Wenn in den Volturi Maservator, da gehen auch keine Upgrades mal rein. Aber wenn du, wie heißt das, wenn... Haben die auch schon rausgenommen. Äh, warte mal. War das dieser Extractor mit diesen komischen Ectrolysezellen? Ne. Okay. Das wird der Actualizer. Ja. Ja. Ja, diese elektrischen Wasserzellen. Wenn du die brauchst, dann sag dir vorher Bescheid. Willst du die Maschine bauen? Bitte? Willst du die Maschine bauen, Johnny? Ich baue die erst, wenn ich sie brauche. Centrifug Extractor? Ja, das braucht anderthalb Stunden, ne? Sieben Zellen. Also Centrifug Extractor habe ich schon. Ah. Ich habe den Electrolyser halt auch nicht. Centrifug Extractor ist nur für Waba. Nur den brauchst du, den Elektrolyser, um die elektrischen Wasserzellen zu machen. Aber ist auch egal. Na ja, Johnny. Das war auch schon elektrischen Wasserzellen. Damit du den Centrifug Extractor machen kannst. Na ja, Johnny. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich mich noch für dich an den Luft gesprengt. Ja, Johnny, ja, ja. Halt mir jetzt aufhören, Johnny. Johnny, ja, ja. Johnny, ja, ja, Johnny. Ja, ja, Johnny. Ja, ja, Johnny. Ja, ja, Johnny. Ja, 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 ja. Ja, komm, wir wollen jetzt die alle auf Johnny drauf rumhaken. Wo sind wir denn? Was sind wir denn für Menschen, wenn wir das ganze Tag machen würden? Ja, ja. Wir sind ja eh voll wie Gangster. Und du bist ja der Obergangster, ne? Boah, war ich grad schnell. Ich krieg dir schon ne Laterne, wenn er so schnell ist. Laterne, 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 Laterne. Dann krieg ich nen Telefonmasten. Laterne, Laterne, Sondermond und Ständer. Dein kleinen Telefonmasten, ne? Ja. Und jetzt langsam mal mit diesem Scheiß, und das so nachfällig. Auch Kompressor. Nö, nö, nö. Heute nicht mehr. Gute Nacht. Ja, ich bin voll übel. Ja, 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 ja. Hier, der schächelt schon wieder. Wer? Schwächli. Du, ja. Na, Johnny. Johnny ist auch schwächelt. äh 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 ich sag nur Fleisch das war behindy das war behindy ohne witz der hat so gesprochen äh aber du hast dich kaputt gelacht ja wildwood dude verdammt jetzt darf mich keiner ablenken ahlalalalalala lalalalalalalala mayonaise boi jungs ey wollt ihr mich ernsthaft ärgern polonaise toll jetzt hab ich schon nicht select 1 gemacht mann kriegt mich schon durcheinander turtle suck up suck up alter tag tag turtle wie heißt denn hennes mahmud äh helmut helmut ich hab beide schon so'n Schaden ne craft ein bisschen nein kann das sein oder was bist du schwul oder was hast du du ach ne 3 muss ich fehlen ich hab auch nichts gegen Spule ich hab auch nichts gegen Spule ich hab auch nichts gegen Spule ja ja hast du was gegen Spule nö ja das merk ich mir ähm ey Centos Centos war das Transpare2 ne war das Transpare2 von einem Slot in anderen Slot zu transformieren keine Ahnung keine Ahnung ich hab das noch nie gemacht oh Junge probier das aus ich hab doch ganz anders programmiert du kannst du kannst du kannst dachte du bist mal ne Hilfe hier hm ach ne dir helfe ich nicht wozu keine Lust merk ich cool ich helfe dir auch nicht mehr cool 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 oder halber zu lassen jetzt steht folgendem ab abgab es kann ich schon so benutzen als vermischen und die mit so einem wir machen wir doch mit ein und wenn du schon mal was es gekloppt zu finden das wüsste ich die wird bald schon wieder macht aber egal ich bin da unten ist mich ob es nicht mehr 9 und an den neuen Kirsten wenn ich das Bett schlage Nein, Mann. Ich bin unten. Ja, das weiß ich. Was? Ey, Linie, toll, ihr habt mich abgelenkt und Linie 8 funktioniert nicht. Richtig, so. Was? Transfair 2. Was denn los mit dir? Transfair. Finger in den Po. Ach, ich. Kommt Transfair. Soll das mal richtig schlafen? Warte. Nein, 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 nein. Mach doch richtig hier. Nimm den. Kann das sein, dass du gerade so ein bisschen leckt? Nein, kann sein. Keine Ahnung. Nein, ja, so kannst du... Ah, die Turtle läuft. Haha, er macht es jetzt aus Goldeisen. Mit einem Minimum Stone, ihr Vögel. Ihr seid Vögel. Hast du es eigentlich endlich mal mit der Crafty Turtle bekommen, die aus Cobblestone Diamanten macht? Ja. Hä, standen noch die beiden da, wo du gerade unten warst? Da war noch dieser Ignax Druder. Die laufen ja auch schon. Die laufen nur nicht richtig. Ich wollte da eben jetzt nicht ab. Die laufen nur mit einem einprogrammierten Fehler vor mir. Klar, er legt das gerade bei mir schon wieder. Der sagt BIOS, VM-Error, Java-Long. Das ist wieder so ein bekannter Fehler, aber ich weiß auch nicht warum. Spinner, halt. Ja, legt das mal überhaupt nicht eigentlich. 19-74, 20-55, 23-4, 21-74. Ne. Du hast jetzt gerade Daten auch gezählt, oder? Obwohl es geht. Alles um die 20-21. Jawohl, jetzt geht es wieder so ein bisschen hoch. Das wechselt immer so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was dein Problem immer ist. Ich kann Solarpenne nicht abbauen. Ja, was weiß ich. Du musst mit der Omni-Wrench oben drauf klicken, du Vogel. Immer so ein Shift. Oder Shift. Cool. Hey, seit wann das? Ja, weil das die Omni-Wrench ist, man. Pick dich. Pick dich Flash. Okay, es funktioniert. Pick dich Flash. Flash, du kannst gerne meinen Advanced-Zuola-Helm haben. Ja. Pick dich. Willst du ihn was dafür haben? Was kannst du mir denn bieten, was ich noch nicht habe? You, you matter Flash. Weiß ich doch nicht. Ja, komm. Aua, Alter. Warum hast du auch alles, ne? Eigentlich voll asyl. Alter, nein, ich sterbe gleich. Hey, ich sterbe gleich. Du hast doch was, was du willst. Das ist nix. Nein, ich bin der Spinne. Nein, ich bin der Spinne. Weißt du, was da gerade kam? Da kam die gerade so eine scheiß Fliedermaus. Oh. Ja. Was stellst du dich so an? Dankeschön. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in Twilight. Hey, warum, warum, nicht der sich jetzt irgendwann morgens auf oder was? Ja, wenn ich, wenn die Sonne scheint, würde ich sagen, ne? Ach so, okay. Oh, wo? So wieder. Aber bei mir nicht. Will jemand mit in Twilight kommen? Nein, wollen wir kurz schlafen gehen? Oh, komm, bitte nicht jetzt Twilight starten, komm. Ich bin gerade nicht zu Hause. Du siehst du erst mal Rosen sammeln. Ja, ich liege im Bett. Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Und deine, deine Frau geht gerne aus dem Haus und läuft über die Straße und lädt gegen einen Baum. Deine Mutter ist eine Piep. Was? Eine gute Köchin, ja, da hast du recht. Ja, wollte ich auch sagen. Ach, er lädt erst mal ein Jetpack auf, alles klar. Ja. Der feckelt, alter. Kann ich eigentlich auch unter dem Fenster stehen? Guck mal, das geht schon weiter, für wen nicht, was unrealistisch ist. Doch, jetzt geht's. Man kann unter dem Fenster stehen und sich aufladen, ist auch ein bisschen komisch. Bei Wassereimer habe ich jetzt müssen noch Pflanzen sammeln. Mach dir doch vorher hier so eine Gravity, wie hieß er? Gravity, dann. Genau. Warum? Ich habe so eine Porto, dann. Egal. Kannst du dir da Centus wegsnacken? Hier ist ein Twilight. Nein, komm. Beim nächsten Mal. Das leckt das wieder. Das leckt nicht. Sicher?